Grund Nummer 5 für die Jagd ist der Umwelt, Natur und Artenschutz. Weitmännisch, also in der Sprache der Jägerinnen und Jäger, bezeichnen wir den Umwelt, Natur und Artenschutz auch häufig als Hege und Pflege. Und im Rahmen des Bundesjagdgesetzes sind wir Jägerinnen und Jäger auch zur Hege und Pflege verpflichtet. Wie wir es eingangs gesagt hatten, hat die Jagd ja genau diese Aufgabe, einen angepassten und artenreichen Wildbestand zu schaffen, der eben genau an die landesspezifischen Bedingungen beziehungsweise Gegebenheiten angepasst ist. Und dabei sollen aber auch die Belange der Land- und Forstwirtschaft berücksichtigt werden. Das heißt, Ziel der Hege ist, dass wir einen angepassten Wildbestand haben, dass wir nicht eine Wildart zu viel haben, eine Wildart zu wenig. Und dementsprechend müssen wir als Jägerinnen und Jäger eben in die Wildtierpopulation eingreifen und die Wildbestände managen. Ja, und dieser Umwelt, Natur und Artenschutzaspekt wird eben auch in verschiedenen Initiativen deutlich, die die Jägerschaft umsetzt, die zum Beispiel der Deutsche Jagdverband oder die Landesjagdverbände umsetzen. Da haben wir zum Beispiel das Projekt Artenreiche Flur oder die Initiative Mehr als nur einen Summen. Und da gibt es halt die verschiedensten Initiativen, die eben diesen Umwelt, Natur und Artenschutzaspekt der Jägerinnen und Jäger nach außen tragen. Ein sehr schönes Beispiel, wo eben der Umweltschutzgedanke der Jagd sehr deutlich wird, ist das EU-Ziel 2030 zum Thema Umbau zu nachhaltigen Mischwäldern. Und hierzu schreibt die EU folgendes, Emissionen und Abbau von Treibhausgasen durch Wälder und Waldprodukte werden eine entscheidende Rolle dabei spielen, die europäischen Klimaziele zu erreichen. Weiter schreibt die EU dann, damit dieser Übergang gelingen kann, brauchen wir größere, gesündere und vielfältigere Wälder. Und hier sieht man eben sehr schön in diesem EU-Papier, dass die EU bestrebt ist, um diese Klimaziele zu erreichen, nachhaltige Mischwälder aufzubauen. Wenn wir uns jetzt einige Gegenden in Deutschland anschauen, wir können hier als Beispiel Brandenburg nehmen, haben wir ja sehr, sehr große Waldflächen, die mit Kiefern bestockt sind, also sogenannte Reinbestände. Und um hier jetzt das Ziel zu erreichen, hier einen Mischwald aufzubauen, müssen wir hier natürlich verschiedene Laubbäume beispielsweise pflanzen. Wir können hier an Buchen oder an Eichen denken. Und wenn wir jetzt aber in diesen Kiefern-Reinbestand, vielleicht eine kleine Side-Note, Kiefern-Reinbestände sind jetzt nicht die begehrteste Nahrung von zum Beispiel Rehwild oder Rotwild. Und wenn wir da jetzt so kleine Laubbäume reinpflanzen, kleine zarte Laubbäume, dann werden die natürlich sehr, sehr gerne vom Wild verbissen, beziehungsweise wir könnten auch einfach umgangssprachlich sagen, aufgefressen. Das kann dann dazu führen, dass die Bäume total ausfallen oder dass sie viel, viel langsamer wachsen. Und hier haben wir dann also das Problem, dass wir hier keinen nachhaltigen Waldumbau umsetzen können, weil diese kleinen jungen Bäume immer wieder verspeist werden. Hier ist dann also die Lösung, dass wir angepasste Wilddichten schaffen müssen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Wilddichte so dicht oder eben nicht dicht ist, dass diese kleinen jungen Bäume gut wachsen können. Ein Verbiss im normalen Maße ist ja immer legitim, denn das Wild muss ja auch irgendwas fressen, aber eben nicht so, dass kein nachhaltiger Wald mehr nachwächst. Und da sieht man jetzt eben auch sehr schön die Aufgabe der Jagd. Denn die Jagd hat ja genau die Aufgabe, Wildbestände zu regulieren. Und wie wir es eingangs gesagt haben, dass der Wildbestand immer angepasst ist an die Gegebenheiten. Und natürlich ist auch immer die Frage, was ist jetzt ein angepasster Wildbestand? Das ist am Ende natürlich auch eine gesellschaftliche Aufgabe, das zu entscheiden. Denn wenn wir sagen, wir wollen diesen Waldumbau so forcieren zu naturnahen Mischwäldern, dann müssen wir eben eine Wilddichte haben, die das auch zulässt. Und unsere Messgröße ist dann eben die Naturverjüngung. Das heißt, wie viele Bäume wachsen nach und schaffen wir es am Ende, ja diese Kiefernreihenbestände wie in dem Beispiel umzuwandeln in gesunde Mischwälder. Also das ist hier auch ein schönes Beispiel, was für einen Einfluss die Jagd auf den Umweltschutzgedanken hat. Und wenn du jetzt sagst, okay, ja Umwelt, Natur und Artenschutz, das waren schon immer mal meine Themen, dann ist wahrscheinlich der Jagdschein bzw. erstmal die Jagdausbildung genau das Richtige für dich. An dieser Stelle soll es das gewesen sein. Ich hoffe, du hast wieder einen Grund mehr auf deiner Liste für die Jagdausbildung und würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hast du Fragen zum Thema Jagd? Schreib sie uns einfach in die Kommentare. Wir sind gerne für dich da und begleiten dich auf deinem Weg zum grünen Abitur. Bis zum nächsten Mal.